Ja Alex, wir können da Freunde sein, wir müssen uns da nicht bekehren. Ja, ich wollte da nur weg. Ja, mach randomnades, ist okay. Ja, schieß ich. Oh, nein, jetzt. Oh, oh. Du Arschloch! Ich hab den Wind nicht gesehen. Du mieses Arschloch. Ich wollte nur dann 50er treffen. Du bist so ein richtiger Backstabber, Alex. Ja, komm halt dann. Ach komm, ihr Kollateralschaden. Du bist echt so ein richtiger Backstabber, das ist unfassbar. Backstabber. Ja, wir greifen uns doch nicht an. Soll, tschüss, in die Liede. Oh, 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 oh. Wow. Oh, noch die Liede zu mir. Oh, oh, oh. Alex, dir ist klar, dass ich jetzt nur noch auf dich bin. Alter, wir haben einen Schaden, den Ehe gemacht, Alter. Alex, dir ist klar, dass ich jetzt nur noch auf dich bin, ja. Ach, das war's jetzt für dich, Alex. Ja, guck mal, ich hab mein eigenes Wurm ins Wasser gemacht. Das Spiel ist gelaufen! Ja, okay. Ja, am Arsch! Alter, das Spiel ist so geil. Jetzt hängt die da alle unter Wasser rum. Fuuuuck! Du bist so ein Bro in dem Game. Scheiße! Aber Alex ist heute dran. Alex hat die Opportunity, zwei von deinen Würmern zu killen. Wenn du das nicht machen, sei ich retarded. Dann schaff ich sowieso. Du musst dann nur ne Granate rechts neben dir legen. Jetzt werden wir nicht parteiisch, ja. Ich kill den, auf den ich Lust hab. Wow. Alex, wenn ich jetzt auf Nid geh, killst du mich nächste Runde? Warte, welchen Nid gehst du denn? Ja. Fakten gibt's nicht, ne? Auch wenn du auf den 67er gehst und lässt du. Gott, der hat mich da vertrieben. Oh Mann, sorry, ich muss kurz mal lachen. Ich weiß auch noch nicht, was du mit Alex macht. Über die Schräge, eine Sekunde in der Granate. Ja, völlig, doch eh, ey. Aber nicht volle Power, nicht volle Power. Oder? Ein bisschen weniger als volle Power würde ich machen. Fakten! Ey, du bist so scheiße, das ist echt so geil, ey. Da hast du erst mal dick, den Alex gemacht hat. Scheiße. Wenn nicht fail das. Ja. Nein! Oh! Oh mein Gott! War jetzt noch ein Loch? Ja, aber das reicht nicht. Du kannst einfach komplett gerade schießen, Alex. Was ist das? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Alex? Was hab ich denn noch so? Baller, eine Bananenbombe? Oh, ich hab noch nen Jackpack. Boah, du bist so noseglig. Hallo! Ey, ey! Ey, was war das denn, ey? Hey, Junge! Ey, ich fail das sowieso. Ich muss über diesen Pinöpel drüber. Dann kann man nicht fail, Alex! Oh! Nein! Ah, ich fail das. Wahnsinn. Wahnsinn. Das war der einfachste Buch deines Lebens und du failst ihn einfach. So, jetzt kommt hier die Premium-Nade vor dem her, naja. Nades. Alex hat einfach Megaposition da. Oh! Was ist das denn? Du bist so ein Nu, ne? Boah, geil! Ich hab... Scheiße, du hast ja noch nen Fallschirm, ne? Ja, richtig. Ich hab wundervollen Wind. Oh. Ey, man glückt mit seinem scheiß Winter, ey. Hä? Klar, dieser Fall ist schon ficklich jedes Mal. Oh. Also, was war das denn? Oh! Was war das denn? Was war das? Er hat wohl der Raketen-Start. Eins, der kommt jetzt nur noch. Ich denke. Wenn du richtig triffst. Fuck! Warum wird einem das nicht eingetragen? Ich hoffe, Alex Wind ist dran. Ich hoffe, Alex Wind ist dran. Ich hoffe, Alex Wind ist dran. Ja, Mann. Der sitzt. Scheiße. Oh, Trottel. Du bist einfach der inkompetentste Packer in diesem Spiel, den es gibt. Ey, komm, das war ein Pixel zu wenig, ja. Oh, komm! Ich bin Alex. Ich bin scheiße. Ich sag, jetzt geht Alex drauf. Boah, Junge. Ich hab mich ein bisschen aufgeregt. Ey! Wie viel Pett kann man denn haben? Ey, du bist so kanker, Arne. Ja komm, wo baut du die denn bitte hin? Ja, komm, Kollateralschaden. Scheiße. Alter, Kollateralschaden. Er war Arne 60, damit sie selbst 40 macht. Nice, Arne. Schaden! Du hast alle Zeit der Welt. Ja, ich mache Arne. Kein Stress. Boah, der behindert hier, ey. Du hast dein eigener. Das ist dein eigener. Ja, mir egal. Ey, und dafür habe ich einen Wormausfall verschwenden. Ey, du darfst da jetzt gerne irgendwas reinlegen. Vielleicht bist du ja jetzt mit dem Berühmten dran. Das wird noch Premiumer. Oh! Ey, da sind drei Wormer von mir im Wasser, ne? Oh, shit Arne. Du meinst, da sind noch ein Worm von dir im Wasser. Alter, ist das behindert, ey. Komplette Kack-Spawns, ne? Jaaaa! Instant Hit auf jeden Fall, ey! YOLO! Das wird nichts. Das ist ne Mine, ne? Oh! Stark! Hätte ja ein Fehlzünder sein können. Vielleicht nicht, weil die Band nicht so geil ist. Doch. Du musst einfach da in der Kuhle, ja. So mit der Kuhle. 2 Sekunden sind zu viel, oder? Oh! Oh! War das? Trost, ey! Nein! Nein! Oh nein! Oh! Super scharf! Oh! Nein, Alex! Ey, der schießt gar nicht. Sieht das nicht mehr? Doch! Ey! Oh! Ja! Hallo! Weg! Nein! Ich glaube, mein Geschütz geht ja weg. Arsch! Ja, Alex. Jetzt hast du schlechte Karten. Wieso schießt mein Geschütz nicht? Nein! Ja! Mann! Nein! Ey! Ey! Wie kann ich das denn da treffen? Alter, wenn der jetzt drauf geht! Ja! 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 Und dann hört du play, würde ich sagen! Ja! Wie geil war das denn? Oh! 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 Scheiße! Keine Ahnung! Ich glaube, er hat nichts, was mich tötet und ihn nicht. Das wird auf jeden Fall... Lol! Du bist so einsparsen jetzt, ne! Wieso schießt denn das? Wie schießt denn das? Ich hab mich doch nicht getriegt! Egal! 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 Aber ich finde, wir sind mit Salah einig, aber er war letzter. Ja! Ja!